Irgendwo in deiner Nähe verrichtet ein Tier gerade sein Geschäft. Tatsächlich entspricht die Menge an Dung, die die Tierwelt täglich produziert, in etwa der Wassermenge, die über die Viktoria-Felle fließt. Warum ist der Planet dann nicht voll davon? Bedanken können wir uns bei dem bescheidenen Mistkäfer, der ihn beseitigt. Diese tapferen Insekten können in einer einzigen Nacht das 250-fache ihres Körpergewichts an Fäkalien vergraben. Über 7000 bekannte Mistkäferarten sind auf sechs Kontinenten im Einsatz. Überall, außer in der Antarktis. Zunächst muss ein Mistkäfer den Dung finden. Manche von ihnen leben in der Analregion größerer Tiere und warten, dass diese ihren Kot absetzen. Andere erschnüffeln die tierischen Hinterlassenschaften. Ein Haufen Elefantendung kann in 15 Minuten 4000 Käfer anlocken. Wenn ein Käfer also Dung findet, muss er sich schnell einen Teil der Beute sichern. Die meisten Mistkäferarten können in drei Gruppen eingeteilt werden. Roller, Tunnelgräber und Siedler. Die Roller formen eine Dungkugel und rollen sie mit ihren Hinterbeinen schnell von den Konkurrenten weg. Potenzielle Partnerinnen springen auf die Kugel auf und sobald der Roller ein Weibchen gewählt hat, wird die Kugel in den Boden eingegraben. Danach legt das Weibchen ein einzelnes Ei in die Dungkugel. Tunnelgräber machen es anders. Sie graben einen Tunnel in den Boden, schleppen den Dung hinein und formen ihn zu Klumpen, die je nach Form und Größe als Brutballen, Dungkugeln oder Dungwürste bezeichnet werden. Die männlichen Tunnelgräber kämpfen unter Einsatz ihrer imposanten Hörner um die Tunnel, die sie verteidigen, bis das Weibchen ein Ei gelegt hat. Einige männliche Tunnelgräber tarnen sich als hornlose Weibchen und schleichen sich zur Paarung in die Tunnel, während die Wächter nicht aufpassen. Die dritte Gruppe der Mistkäfer, die Siedler, macht es sich ganz einfach. Sie legen ihre Eier direkt in einen Dunghaufen. Dadurch sind ihre Nachkommen Raubtieren jedoch eher ausgesetzt als die der Tunnelgräber und Roller. Wenn die Larven fressen, graben sie Tunnel in den Dungklumpen und hinterlassen Rückstände, die schnell von Bakterien und Pilzen abgebaut werden. Sind die Larven geschlüpft, fressen sie den Dung. Im nächsten Schritt verpuppen sie sich und erst dann entwickeln sie sich zum Käfer. Mistkäfer beseitigen nicht nur Dung, sondern sind auch sonst von großer ökologischer Bedeutung. Zum einen dienen sie als sekundäre Samenverbreiter. Der Dung von Affen, Wildschweinen und anderen Tieren enthält die Samen der gefressenen Früchte. Wenn die Käfer ihre Dungkugeln vergraben, schützen diese die Samen vor Fressfeinden, sodass sie eher keimen können. Dieser Vorteil ist so groß, dass eine südafrikanische Pflanze ihre Samen so weiterentwickelt hat, dass sie wie Dung aussehen und riechen, damit die Mistkäfer sie vergraben. Auch in der Landwirtschaft spielen Mistkäfer eine wichtige Rolle. Nutzvieh wie Kühe und Schafe produzieren große Mengen an Dung, dessen Nährstoffe Pflanzen zugute kommen können. Die Käfer zerkleinern den Dung und bringen ihn tief in den Boden ein, wodurch die Nährstoffe die Pflanzenwurzeln direkt erreichen. Der dadurch entstehende Ertrag für Bauern wird in den USA auf jährlich 380 Millionen Dollar geschätzt und im Vereinigten Königreich auf 367 Millionen Pfund. Mistkäfer können sogar die globale Erwärmung eindämmen, indem sie die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft reduzieren. Mikroben, die in sauerstoffarmen Viehdung leben, produzieren das Treibhausgas Methan. Die Käfer versorgen die Dunghaufen jedoch mit Sauerstoff, wenn sie Tunnel in sie hineingraben und unterbinden so die Methanbildung. Der Mistkäfer verbreitet Saatgut, hilft Landwirten und bekämpft den Klimawandel, nur weil er Hinterlassenschaften verarbeitet. Wenn du also das nächste Mal einen Dunghaufen entdeckst, wirst du daher vielleicht ein wenig genauer hinsehen wollen. Da wir gerade bei den großen Fragen sind, ist hier noch eine weitere für dich. Was sind das für schwebende Dinger, die du manchmal in deinen Augen siehst? Finde es in diesem Video heraus und abonniere unseren Kanal für weitere ZDL-Animationen.